Konfuzio sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorene Tag. Ist mir scheißegal, wer dein Vater ist. Wenn ich angle, dann läuft mir hier niemand über das Wasser. Zwei Freunde in der Kneipe. Du, ich werde Vater. Na, das ist doch toll. Warum bist du dann so traurig? Naja, ich weiß einfach noch nicht, wie ich das meiner Frau beibringen soll. Drei kleine Buben streiten sich darum, wessen Vater am schnellsten ist. Da meint der Erste, mein Vater fährt einen dicken, fetten Porsche und erreicht locker 320 Stundenkilometer. Sagt der Zweite, ist doch gar nichts. Mein Papa ist Pilot bei der Lufthansa und fliegt einen Airbus A320 und das ganz locker mit 900 Stundenkilometer quer durch die Luft. Und schließlich der Dritte, das ist alles überhaupt nichts. Mein Vater, der ist Beamter. Um 5 Uhr abends hat er Dienstschluss und um halb vier ist er zu Hause. Konfuzio sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöht deine gute Laune um mindestens 400%. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.